Jo Freunde hier kommen wir zu einem kurzen kleinen Video. Wie ihr schon mal gesehen habt im Intro Lego Luis. Ich mach das Video gerade mal so weil ich echt nicht wirklich jetzt groß darauf schneiden will. Also ich bin froh dass du wieder da bist Lego Luis. Das habe ich ja über Insta ja schon gesagt und so und an den Hater die da draußen die gegen Lego Luis sind. Bitte Leute lasst ihn in Ruhe. Wirklich der Junge macht gute Videos. Ich finde er macht sogar jetzt mit Musik und und und. Ich finde er gibt sich wirklich sehr sehr viel Mühe in seiner neuen Lego Stadt. Ich staune überhaupt dass er die ganze Lego Stadt abgebaut hat und wieder neu aufbaut. Das finde ich auch sehr super was du jetzt da machst. Und Leute, die Leute, diese Gang, die Leute glaube ich wenn sie das Video jetzt sowieso sehen dann wissen sie aber sofort wer mich da meine. Diese komische Gang. Bitte schreibt euch jetzt wirklich nicht viel böse Sachen in seinen Kommentaren. Ich habe nur wirklich gesagt er soll sie nicht dran stören an euch. Die Hater oder die die ihn hassen oder ihn nicht mögen oder meine er wird zu jung und 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 und. Lasst ihn einfach in Ruhe. Lasst ihn seine Videos machen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und bitte abonniert weiter seinen Kanal. Und wirklich guckt dass ihr wirklich weniger Dislike gibt. Dass er weniger Dislike ihn gibt. Dass ihr mehr Dislike ihn gibt. Also so dass er weniger, also weniger wie heißt das, weniger Minus macht mehr Plus. Weil ich sehe in den letzten Videos dass ihr mehr Dislike gibt es als Likes. Wirklich. Das finde ich auch sehr schade. Wirklich. Ich kann euch nur empfehlen. Jeder Mensch ist, ja was soll man sagen. Wer YouTube macht ist immer, ja nicht. Ja sagen wir. Jeder Mensch ist einzigartig. Auch Lego Luis ist einzigartig. Okay vielleicht ist das eine Neid weil er jetzt 1000 Abonnenten hat. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich sag nur, ich freu mich dass du wieder zurück bist. Und mach weiter so und lass dich sich unterdrängen. Ohne Wissen. Schreib in die Kommentare wenn du auch in der Meinung bist, dass ihr das gemeint findet was mit Lego Luis gemacht wird. Und unterstützt gerne meinen Kanal. Unterstützt gerne Lego Luis Kanal. Und liken, abonnieren und danke fürs Zuschauen. Ciao.